Musik Jetzt reicht's, Mäkelian. Seit der letzten Folge läuft dein Model und läuft und läuft. Irgendwann muss Schluss sein. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Hart aber Bunt. So, ich muss mich wirklich verkehren und entschuldigen. Irgendwann muss Schluss sein. Okay, die Entschuldigung ist hoffentlich bei jedem angekommen. Auch von mir, liebe Zuschauer, natürlich wieder ein herzliches Hallo. Und du, Emmat, die ganze Zeit sprichst du und schreibst du von Dekadenz. Gibt es denn irgendetwas Plastischeres für Dekadenz als diese Frau? Okay, dann habe ich etwas anderes für dich. Was, weder noch ein Model oder was? Wieder ein Model und diesmal auch wieder am Strand. Darf ich vorstellen, das ist Officer Pat Smooth. Sie, ihr California Police. Wer jetzt auf die Bilder sieht, der sieht, hier genießt Officer Smooth ihren, seinen diversen Urlaub am Lake Chester und erholt sich vom ganzen harten Stress der Ganovenjagd. Wenn du so anfingst, dann habe ich auch diese Meldung für dich. Pass auf, jetzt kommt das. Noela McMahar oder McMahar, so was spricht man auf Englisch, geboren als Junge. Guck mal, dieses Kind, geboren als Junge und jetzt als non-binäres Model erfolgreich. Non-binär bedeutet, meine Damen und Herren, wie Sie wissen, nicht eindeutig zu einem Geschlecht zugehören. Also non-binär, das heißt alles Mögliche. Dieses Kind lief auf der New Yorker Fashion Week und wird als Star gehandelt. Das arme, als junge, geborene Wesen soll seinen Eltern mit zwei Jahren zu verstehen gegeben. Er wisse nicht, welchem Geschlecht er angehöre, daher non-binär. Und hier sind seine Eltern. Beide Eltern identifizieren sich als Transgender. Vater und Mutter sind als biologische Frauen geboren. Aber im falschen Körper halt. Oh mein Gott, wirklich, das ist in meinen Augen, ist das Kindesmissbrauch. In meinen Augen auch. Also das ist unvorstellbar, was sie dem Kind da antun. Dieses Transpa vermarktet ihr Kind als Quermodel. Wenn das Kind in ein paar Jahren ein Fall für einen guten Psychiater ist, wird die so wahnsinnig transphobe Mehrheitsgesellschaft als Schuldiger herhalten müssen. Ich verstehe nicht immer, wie die Gesellschaft sowas toleriert und sogar dafür applaudiert, statt einzuschreiten und dieses Kind da rausholen und zu schützen. Es geht hier nicht mehr um Toleranz. Es geht nicht um Toleranz im Allgemeinen, sondern um die rechte und die körperliche und psychische Gesundheit einer ganzen Generation. Und das sind hier die Vorlagen, um eine ganze Generation kaputt zu machen. Es geht um Unversehrtheit des Körpers und des Geistes eines Menschen. Und das wird durch diese Ideologie untergraben, finde ich. Ah, ja, jetzt weiß ich. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was ich sage. Ich glaube, Kian, sei bitte nicht schockiert, Sie, meine liebe Zuschauer, nicht schockiert. Ich glaube, lieber Kian, wir müssen zu unserem Islam zurückkehren. Unsere Religion und unseren Propheten verteidigen. So wie dieser Glaubensbruder, der hier sagt, wer behauptet, der Islam sei keine friedliche Religion, den Lügner tüte ich mit diesem Dolch. Sehr liebevoll. Und ehrlich gesagt, was muslimische Schwule und Homosexuelle betrifft, die werden zwar gelegentlich getötet, aber wenigstens müssen sie sich nicht mit den über 70 Geschlechtern rumschlagen, oder? Schau mal, wie sie hier in Saudi-Arabien friedlich und harmonisch miteinander tanzen. Also, Imadja, komm, lass uns mal zurück zum Islam konvertieren. Obwohl, ich wollte ja gerade meine Mütze ausziehen und wollte ja gleich wieder das Glaubensbekenntnis sprechen. Aber gut, hast du dir eigentlich überlegt, wie Sunniten und Schiiten den Sex mit Babys erlauben? Ja, ja, das ist leider viele Muslime ein bisschen über ihre eigene Religion zu wenig. Denn Sex, Geschlechtsverkehr mit Babys ist sowohl im Sunnitentum als auch im Schiittentum erlaubt. Sämtliche Scharia-Quellen bestätigen eindeutig, dass die vier sunnitischen Rechtsschulen den Geschlechtsverkehr mit kleinen Mädchen jedes Alters erlauben, sofern das Kind körperlich soweit ist, den Geschlechtsakt auszuhalten. Alternativ bei Babys bzw. körperlich noch nicht ausgereiften Kleinkindern darf der sogenannte Schenkelgeschlechtsverkehr, Reiben des Gliedes des Mannes zwischen den Schenkeln des Kindes, vollzogen werden. Federlich. Ja, das weißt du nochmal, aber bei den Schiiten ist es doch nicht viel anders, oder? Ja, so sieht es aus. Ich komme ja aus der schiitischen Sekt, bevor ich... Wir beide sind ja Schiiten. Ich habe 2017 den Schia-Islam verlassen und kannte das natürlich. Ja, erzähl mal. Das Buch von Imam Khomeini, Tahrir al-Wassila, beschreibt im Grunde genommen den sogenannten Schenkelverkehr mit Kleinkindern, wo er ganz genau in juristischen Erklärungen beschreibt, was man alles mit einem Säugling oder mit einem Kleinkind anstellen darf. Ein Mann kann sexuelles Vergnügen mit einem Kind, Baby oder Säugling haben. Er sollte aber nicht eindringen. Das Kind für sexuelles Vergnügen zu gebrauchen, ist halal, also erlaubt. Wenn der Mann eindringt und das Mädchen verletzt, kommt er sein Leben lang finanziell für sie auf. Dieses Mädchen jedoch gilt nicht als eine seiner vier dauerhaften Frauen. Ja, das wissen viele Muslime leider nicht. Also, das ist wahr. Also, sagen wir so, wir lassen es mit der Rückkonvertierung, oder? Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall rudern wir zurück, Mütze bleibt auf und natürlich selbstverständlich. Hast du gewusst, dass jetzt in Saudi-Arabien verboten ist, die Gebete über den Lautsprechern nach außen zu übertragen? Erinnert dich das an irgendetwas, was sich gerade so in Deutschland abspielt? Ja, 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 ich weiß nicht, ich habe das Bild gesehen, das stimmt, ich habe es auch gelesen, das stand auch auf Arabisch. Also, aber bevor ich deine Frage beantworte, ich möchte sagen, vielleicht sollten wir, lieber Kian, einmal hier eine ganze Folge, vielleicht zwei Folgen über den Islam machen. Was meinst du erstmal grundsätzlich? Absolut. Also, ich denke, da steckt so viel Potenzial drin, das sollten wir machen. Ja, und jetzt kommt zu deiner Frage. In der Tat, liebe Zuschauer, in Saudi-Arabien ist jetzt verboten, über den Lautsprecher die Gebete nach außen zu übertragen. Damit du verstehst, dass ich dich verstehe, da musst du an Frau Henriette Recker, also an die Oberbürgermeisterin von Köln, diese Meldung schicken und ihr sagen, schauen Sie mal, Frau Recker, das ist die Frau mit der Armlänge, weißt du noch, ja, ne? Ja. Damit sie einfach weiß, das, was sie in Köln erlaubt hat, ist jetzt inzwischen in Saudi-Arabien verboten, ne, oder? Und, und ich muss noch dazu sagen, ich gestehe es nicht gerne ein, aber die Saudis scheinen hier progressiver zu sein als die Oberbürgermeisterin von Köln. Und als die ganzen Grünen zum Beispiel. Und als die ganzen Grünen, also wirklich, also ich hoffe, dass die ganzen Grünen jetzt ins nächste Flugzeug steigen und dann in Mekka und Medina und in Riyadh auf die Straße gehen und für religiöse Glaubensfreiheit und Diversität demonstrieren. Ich glaube, wenn sie hingehen, dann werden sie den Saudis Islamophobie vorwerfen. Das könnte ich mir bei denen auch noch vorstellen. Aber wir müssen ja, wir müssen ja genau aufpassen, lieber Immert, was wir hier und auf Facebook schreiben und sagen, was erlaubt oder nicht erlaubt ist, entscheidet nämlich der Bertelsmann Verlag. Vielleicht viele unserer Zuschauer wissen von dieser schändlichen Praxis nicht, dass ein Unternehmen, eine Firma entscheidet, was gesagt werden darf und was nicht. Bertelsmann schickt irgendwelche Hilfskräfte in Facebook ein und sagen, schaut euch, was die Menschen schreiben. Also zu überlegen, ich schreibe was in Facebook, ich nehme ein Zitat und ich werde dafür gesperrt. Und das entscheiden irgendwelche Leute von Bertelsmann. Also ich weiß nicht, wie viele, wo die herkommen, auch wie viele auch Neudeutsche dabei sind und bestimmte Religionen angehören. Naja, gut. Hast du gewusst, dass die US-Bundeswohlzeit, FBI, offenbar 2020 Facebook dazu verleitet hat, Geschichten über Joe Bidens Sohn Hunter als Fake News zu behandeln? Das heißt, sie haben Facebook eine Imperative gegeben. Alles, was in dieser Sache berichtet wird, ihr müsst das Ganze den Stempel Fake News geben. Der Verdacht drängt sich auf, dass das FBI die Wahlen beeinflussen wollte und Biden favorisiert. Ja, ja, ja. Ich meine, ich denke immer, wir haben uns die Freiheiten ein bisschen anders vorgestellt, oder? Ja, ja, absolut. Es sind unerträgliche Verwerfungen und zwar auf allen Gebieten und in allen Bereichen. Auch die Ästhetik ist nicht einmal das, was es war. Schau dir jetzt mal genau dieses Bild an. Die oberen sind quasi die Müttergenerationen der unteren und schau mal den Unterschied an. Es geht heute um Diversity. Das ist das A und O. Auf Kosten der Kunst, der Kultur, der wahren Vielfalt. Das ist eine Ideologie, die in meinen Augen sehr viele faschistische Züge hat. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen, liebe Zuschauer, aber ich sehe in dieser Ideologie und in vielen anderen Ideologien, die jetzt unseren Alltag, unser Leben beherrschen, viele faschistische Züge. Dazu gehört auch der erschungene Multikulturalismus. Das ist für mich eine andere Definition von Rassenlehre. Also zumindestens ist es eine Doktrin, die nicht mehr hinterfragt werden darf. Also man darf alle Gesellschaftsmodelle in Frage stellen, aber der Multikulturalismus ist eine Doktrin, die nicht mehr hinterfragt werden darf. Und in dem Moment, wo man keine Doktrin hinterfragen kann, stirbt die Wissenschaft, stirbt die Vernunft. Das sind die Säule, auf denen dieser Kulturkreis entstanden ist und die Säule, die diesem Kulturkreis Erfolg und Errungenschaft verliehen hat. Deswegen ist auch die Diskussion über den Multikulturalismus auch so unehrlich und so erzwungen und zwanghaft. Ja, das ist ja, das ist nicht locker. Also es wird hier reingepresst in unsere Gesellschaft. Ja, ja, also über diese Geschichte könnten, oder plane ich jetzt wirklich einen einstündigen Film zu machen, aber ich hoffe, es gelingt mir. Aber was anderes jetzt? Trägst du eine Maske, wenn du von London nach Frankfurt fliegst? Irma, deine Fragestellung ist falsch. Du musst mich fragen, ob ich auf dem Flug eine Maske tragen muss und dann wäre meine Antwort natürlich ja. Dann machst du etwas falsch. Du musst den richtigen Flieger nehmen. So wie hier. Maskenlos, nach Kader geflogen. Guck mal, wie sie hier einfach miteinander kommunizieren. Ohne Maske, ganz normal. Aber ein Sterblicher muss den ganzen Flug diese verdammte Maske einfach tragen. Also Kian nimmt anscheinend den falschen Flieger. Kann man sagen, kann man sagen, dass diese Airline vielleicht heißt, die Covid-Fake-Airline? Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere. Aber weißt du, bald ist Orville ja verboten. Das wollen sie ja verbieten, das weißt du. Ja, deswegen, lass uns mal über etwas anderes reden, bevor wir auf die Orville-Schiene fahren. Lass uns mal über die muslimische Subkultur und das Kalifat im Knast in England sprechen. Das ist eine Spezialität von mir. Der Einfluss islamistischer Gruppen, wieder in meinen Augen islamischer Gruppen, wurde von den Behörden zu lange unterschätzt. Das ist das Ergebnis eines offiziellen Berichts, der im Auftrag der britischen Regierung erstellt wurde. Wunder, Wunder. Heute ist mehr als jeder sechste Häftling in britischen Gefängnissen bereits ein Muslim. Was anderes, Kian, Mohammed, das hast du mitbekommen, dass der offiziell 16 Jahre alte Junge aus Senegal, der leider von der Polizei erschossen wurde, hat jetzt endlich seine letzte Ruhe in der Heimat gefunden. Also er ist hier nicht in Deutschland begraben worden, sondern es wurde im letzten Moment beschlossen, er soll nach Senegal überführt werden. Die Welt war dort und haben an seinem Grab dort gedreht, glaube ich so. Das siehst du ja im Bild hier. Und haben beschrieben einfach, wie seine, das kommt noch, also wie seine ganze Familie seinen Tod betrauert, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Für mich ist traurig, ist nicht nur sein Tod, sondern wie dieser auch instrumentalisiert wurde. Viele wollten und wollen noch aus ihm einen deutschen George Floyd machen. Ja, vielleicht kannst du später mal dazu sagen, ich weiß nicht, aber für mich gab es ein Wunder. Jetzt sag nicht, dass ich jetzt so sarkastisch bin. In seinem Asylantrag soll er angegeben haben, dass seine Eltern tot sind. Nun ist es ein Wunder geschehen. Als er lebte, waren seine Eltern offiziell tot. Und jetzt, wo er tot ist, sind seine Eltern am Leben. Also eine Art muslimische Auferstehungsgeschichte. Exzellent, exzellent. Ich hätte nie gedacht, dass die Muslime mal auch ihre eigene Auferstehungsgeschichte bekommen. Aber ich kann noch mal zu diesem tragischen Vorfall sagen, tragisch auf mehreren Ebenen. Ein 16-Jähriger, was sucht er mit einem Messer außerhalb seiner Küche? Und warum rennt er mit einem Messer durch die Gegend, bedroht Menschen, bedroht die Polizei? Und warum ist unsere Gesellschaft so blind? Oder die Politik, die Menschen waren ja eher aufgeweckt in der deutschen Gesellschaft. Aber warum ist unsere Politik so blind? Und er kannte nicht die Gefahr, die von diesem Senegalesen ausging. Und das Tragische war, dass wir eine Messer-Pandemie in Deutschland haben, die von der Politik komplett ignoriert wird. Eine Messer-Pandemie, die von Migranten ausgeht. Jeden Tag gibt es eine Meldung über Migranten, die irgendwelche anderen Migranten oder Deutsche erstechen. Das ist die Tragik dabei. Und natürlich tut es mir leid, dass ein 16-Jähriger sein Leben verlieren musste. Aber sieht dann keiner die Hintergeschichte, was eigentlich da los war? Warum wird der Junge so verteidigt? Und der Weiße ist sowieso Rassist. Das ist ein strukturell rassistischer Mensch. Das ist der Gipfel des Rassismus, wenn ich mir überlege. Ich unterstelle dir, du bist Rassist, weil du genetisch den Abdruck hast, rassistisch zu sein. Und daher habe ich hier eine Nachricht. Das ist ein Gericht in Südafrika, tötet die Buren. Das Gericht hat diesen Aufruf nicht als Hassrede bewertet. Also, wie du weißt, Buren sind weiß. Und daher kann man sie beschimpfen, beleidigen und sogar bedrohen, vertreiben, wie man will. Darüber ist eine Sache, die mich wirklich sehr interessiert. Ich würde so gerne einen Film machen. Und ich kann dir verraten, und vielleicht unser Zuschauer, ich würde so gerne einen Film machen. Ich kann auch sogar den Titel verraten. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, den Film zu machen. Aber der Film heißt Der Indarm-Dortstand. Es handelt sich um eine fiktive Reise durch den Indarm Deutschlands, wo ich allen Antirassismus-Experten begegnen werde. Nur mit dem Unterschied, dass ich einen Schutzanzug trage und sie mitten in den Fäkalien über das für sie hässliche Deutschland referieren, wie sie wollen. Ja, also ich sage dir ehrlich immer, ich verzeihe mir meine grobe Sprache, aber ich muss wirklich kotzen und mich danach duschen. Duschen? Sehr schön, sehr schön. Ja, und ehrlich, und ich bin wirklich froh, dass ich nicht in Baden-Württemberg wohne. Sonst muss ich nur den Waschlappen nehmen und schrubben und schrubben. Und dann schau dir mal an. Also jetzt greifst du mein Bundesland an, ja, aber bitte nicht vergessen, du musst auf Zähneputzen verzichten. Ja, Ebert, schau mal, ich fand einen schönen Text im Internet. Ich kenne den Verfasser zwar nicht, aber der ist so zutreffend, dass ich mich so gerne mit diesem Text von den Zuschauern verabschieden würde. Also du würdest den Text jetzt vorlesen? Ich würde den Text jetzt vorlesen, wenn du das gestattest. Natürlich. Ist die Zeit da? Darf ich? Ja, das ist ja unsere gemeinsame Sendung. Also schieß los, bitte. Ich halte Ausschau nach einem Land, das meine Familie und mich ohne Papiere und mit falschen Namen einreisen lässt und in Zukunft für meine persönlichen Bedürfnisse umfänglich sorgt. Ein Haus mit Garten ist wünschenswert, das Auto und Motorrad sollten nicht zu klein sein. Falls das mit dem Auto nicht so schnell klappt, nehme ich zuerst das Motorrad und zur Überbrückung bis zum Auto auf Staatskosten immer ein Taxi. Krankenversicherung muss selbstverständlich für die in der Heimat zurückgelassenen Familienangehörigen ebenfalls übernommen werden. Ich erwarte natürlich, dass die Bewohner dieses Landes Rücksicht auf meine kulturellen, ideologischen und besonders religiösen Geflogenheiten nehmen und ihre bisherigen Feiertage auf eventuelle Belästigung für mich überprüfen und daraufhin abschaffen bzw. neue mir passende Feier- und Festtage einführen. Aber ich habe keinen Bock auf fremde Traditionen und fremde Religionen. Alles, was nicht meinem Gott huldigt und dient, muss weg. Ich dulde keinerlei Symbole oder Zeichen falscher Religionen. Öffentliche Verkehrsmittel und Einrichtungen sollte ich kostenlos benutzen dürfen, sonst kann ich nicht zu viel Geld nach Hause überweisen. Wenn die hiesigen Köche nicht bereit sind, Kartoffelknödel mit Schweinsbraten für mich zu kochen, möchte ich gerne auf Staatskosten dagegen klagen dürfen. Wenn ich die Landessprache nicht lernen mag, sollte mir ein Dolmetscher zur Verfügung stehen oder es sollten zumindestens alle Formulare in meiner Muttersprache gedruckt werden. Bei kleineren und eventuell auch größeren Straftaten von meiner Seite möchte ich direkt nach dem Verhör von der Polizei nach Hause gefahren werden. Sollte ich so traumatisiert sein, dass ich ab und zu ein Gewaltverbrechen begehe, muss die Regierung etwas gegen diese Kritiker unternehmen. Bisher blieb meine Suche nach diesem Land erfolgslos für mich. Diese Dinge gibt es zwar in Deutschland, jedoch nicht für uns deutsche Staatsbürger. Aber ich bin der Arztbürger. Ich bin der Arztbürger.